Paulchen auf seinem Platz. Aha, der Herr bewegt sich. Paule. Guckt da. So, mein Aldi-Einkauf. Aber erst mal das Wetter. Ja, da habe ich richtig Glück gehabt. Zuhause angekommen und es fängt an zu regnen. Da habe ich schweigen gehabt. Ja, sieht nicht gut aus. Aber ja, jetzt bin ich zuhause. Da kann ich meinetwegen scheiße regnen. So, gut. Einmal was zu machen, bevor der Paule kommt. Tja, nichts Besonderes. Ein paar Bananen. Schöne Erdbeeren wieder. Die sehen gut aus. Aldi hat die besten Erdbeeren. Die schmecken auch immer ganz gut. Eis. Wiener Würstchen. Ich weiß nicht, was ich heute mache, Mensch. Ein bisschen Bauernschinken. Wildlachs. Sahnejoghurt. Kräuterqualk. Naja, ein bisschen Brot. Das ist Zwiebelbrot. Zwiebelbrötchen. Das schmeckt gut mit Schmalz. Naja, zwei kleine Flaschen Wasser. Das habe ich mal nochmal geholt. Die waren letztens so gut gewesen, die Bockwürste. Die halb sehr auf YouTube aufgemacht. Die haben eine schöne Klickrate bekommen. Da habe ich mal den nochmal geholt. Tja, das ist eigentlich alles, Mensch. Nicht Besonderes. So, mal gucken, was Paule macht. Der sitzt immer noch da, wa? Ja, Paule. Paule, Paule. Guck mal. Guck sie weg, wa? Oder Kater. Der Mann, ey. Der Paule. Der guckt doch einfach so weg. Ja, fein. Das ist doch fein, was du machst. So, jetzt auf den Balkon, ja? Oh, das war ein langes Video. So. Ja, mein Sohn hat mal Boom-Early gebracht. Zwei Dinger. Das reicht, Mensch, mit zehn Jahren. So lange lebe ich ja nicht mehr. Aber egal. Man weiß ja nie, ob mein Akku wird gleich alle. Muss ich das Krautschen nochmal hier aufnehmen? Na, Paule? Ja, Mensch, Katzengras. Naja, mal sehen. Die Woche. Na, die Woche ist ja schon zu Ende. Ist ja bloß noch morgen. Die Bäume kriegen Blätter. So, ich denke mal, das war's.